Hallo und herzlich willkommen liebe Hundefreunde. Mein Name ist Sebastian Schäfer und in dem heutigen Video geht es um die Triebwechselarbeit beim Diensthund Steuerung von Emotionen. Aber weiter nach dem Im heutigen Video werdet ihr eine Triebwechselsequenz sehen beim Diensthund. Es ist ein deutscher Schäferhund mit zwölf Monaten, wo es mir darum geht, dass Trieb nicht alles ist. Dass der Hund auch lernt sich vom Helfer, von der Beutearbeit, auch von der Aggressionsarbeit zurückzunehmen. Auch wieder in die Ruhe reinzugehen, werden auch für, gerade für den Einsatzbereich, später mal schon die ersten Bewegungen mit einführen, wo ich mich vor dem Hund bewege und der Hund sich aus dieser Situation sehr zurücknimmt, ins Platz geht und erst mal ruhig ist. Wenn er ruhig ist, bekommt er natürlich dann auch Bestätigung durch entweder Aggression verbellen oder sofort gehe ich in die Bewegung und werde Beute machen. Zum zweiten werde ich auch das Aus einfordern bei diesem Hund und auch das technische Verbellen, dass er in der Ausphase auf Kommando sofort wieder ins Verbellen geht. Viel Spaß mit dem Video. Sehr gut. Valgo. damage impact pill map yers uti Aus Platz. Aus Platz. Nein. 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 Tiger. Aus Platz. Nein. 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 Aus Platz. Nein. Aus Platz. Nein. 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 Aus Platz Aus Platz Aus Platz Aus Platz Aus Platz In den Schuss Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt oder Fragen zu anderen Videos habt oder Ideen habt, was ihr gerne mal sehen möchtet im Bereich Schutzdienst oder auch andere Sachen, bin ich natürlich bereit, euch auch ein entsprechendes Video dazu zu machen und entsprechend auch zu kommentieren. Wenn euch meine Videos gefallen, teilt den Kanal, liked den Kanal und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Euer Basti. Ciao.